dass ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die zusätzliche sogenannte Osterruhe, also die Ruhetage am Gründonnerstag und Karlsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. War die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Wann drehen Sie zurück, Frau Bundeskanzlerin? Wann drehen Sie zurück? Wann drehen Sie zurück?